Es freut mich sehr, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den städtischen Massnahmen zum Ausbau des Bahnhofs Bern zugestimmt haben. Die Mehrheit der Bevölkerung hat gesehen, wie wichtig dieses Projekt zum Gelingen des Grossen Ganzen ist. Ich bin froh, dass wir jetzt unseren Teil zu einem modernen und funktionierenden Bahnhof beitragen können. Mit sicheren, barrierefreien und kurzen Wegen und der Entflechtung des Verkehrs profitieren schlussendlich alle. Der Abstimmungskampf war emotional, ich bin aber überzeugt, dass sich die Stadt mit dieser Umgestaltung des Bahnhofs in die richtige Richtung entwickelt.